Aber er fühlt sich auch sehr schön. Das finde ich auch sehr schöner. Ach, ob wir da überhaupt hin müssen morgen? Lohnt sich das? Ja, vielleicht machen wir lieber morgen nochmal hier. Nee, 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 geht nicht. Geht nicht, die warten schon da. Die sitzen schon mit Schlafsäcken da vor der... Vor drei Tagen, naja, ist oft so. Das war bei Michael Jackson so, das war bei mir so, das war bei Uwe Seelau so, wenn er ein Fußballspiel hat. Aber hier ist heiß, hier an der Stelle wegen dem Scheinwerfer. Ist das immer so heiß? Ja, ne? Mir fällt gerade ein, ich wollte mal wieder schwimmen gehen. Das ist hier ein Schwimmbad. Das ist wie kaum, da gibt's auch ein Schwimmbad, ne? Ich will nicht, ob ich da auch morgen, ob ich euch mal morgen einlade. Gibt's denn da nicht ein Schwimmbad? Da geht die Tür rauf, da kommt einer rein. Ist hier aber wirklich heiß, ich liebe Wannhausen, das ist mir zu heiß. Erwin, kannst du mal ein bisschen kälter machen, der das ist? Das ist einfach nicht so heiß. So ist schon besser, so ist besser. Muss man nicht so heiß machen. Das war eben vorher auch nicht so heiß, ja. Ja, du musst doch auch ein bisschen schimpfen, ne? Samstagmittag und die Theke ist voll. Ich steh da hinter und ich fühl mich super toll. Was darf es sein? Oder bitteschön, der Herr? Mir lebe ich ganz alleine den Verkehr. Ich bin der Wurstfach, na der Wurstfach, Wurstfach von Goldfunk. Ja, die Wurst ist, ja die Wurst ist, Wurst ist mein Lebenssinn. Gut, danke, von der Sampe hab ich 100 Gramm. Moment mal, ich soll aber ich erst dran. Bei mir an der Theke ist immer was los. Ich hab gern von dir da vorne, aber nur so groß. Ich bin der Wurstfach, ja der Wurstfach. Wurst von Verkäuferin. Ja, die Wurst ist, ja die Wurst ist, Wurst ist mein Lebenssinn. Sagen Sie, die Söze letzte Woche, die war scheiße. Ach, meinen Sie die grünlich-weiße? Ja, ich musste sie kotzen. Ich geh das Geld zurück, nur nicht potzen. Ich bin der Wurstfach, Wurstfach, Wurstfach-Verkäuferin. Ja, die Wurst ist, ja die Wurst ist, Wurst ist mein Lebenssinn. Zwölf Uhr ist der Mittagspause, doch ich darf noch nicht nach Hause. Ich muss erst in den Kühlkeller gehen, muss nach Schweinehälften sehen. Ich bin der Wurstfach, Wurstfach-Verkäuferin. Wurst ist, ja die Wurst ist, Wurst ist mein Lebenssinn. Wurstfach-Verkäuferin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und wir kommen hier an, genau. Mein Name war Hegel.